Es ist auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung. Wir hätten uns nichts Besseres wünschen können, jetzt in der Off-Season so ein Bootcamp mitnehmen zu können. Wir sind froh, uns hier auf die neue Season vorzubereiten. Im Omen-Bootcamp zu spielen bedeutet uns sehr viel, da natürlich das Omen-Bootcamp in der Kooperation mit BIC zusammen ist. Und BIC ist das beste deutsche Team. Und wir sind froh, uns alle mal in echt zu sehen, uns kennenzulernen. Und somit ist es einfach eine unfassbare Erfahrung. Genießen die Zeit, haben Spaß zusammen. Unsere Ziele im Bootcamp sind, uns alle persönlich noch besser kennenzulernen, die Teamchemie weiter aufzubauen. Und natürlich, wie gesagt, uns für die neue Saison vorzubereiten und einfach zusammen Spaß zu haben. Für mich persönlich ist es nicht mein erstes Off-Line-Bootcamp. Ich war schon in zwei anderen. Ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall das bestorganisierteste. Und für uns der perfekte Einblick, mal so in das Leben eines richtigen Profis reinzuschnuppern. Und ich glaube, dadurch wurden auch Ziele und Träume bei jedem entweckt, das auch zu erreichen. Ich bin froh, es ist v